Moin zusammen! Das Canon RF 100 mm mit Lichtstärke von 2.8 ist das erste RF-Makro in L-Qualität und wir werden uns dieses Ausnahmetalent einmal genauer anschauen. Und dies nicht nur im Makro-Bereich, denn ich werde euch zeigen, dass es auch ein hervorragendes Portrait-Objektiv ist. Das Canon RF 100 mm f2.8 L-Makro IS-USM ist derzeit das erste Autofokus-Makro-Objektiv in der Riege der spiegellosen Kleinbildkamera-Objektive mit einem 1,4-fachen Vergrößerungsmaßstab. Das ist dann quasi wie eine Art kleine Lupe. Wir rufen ja schon Hurra, wenn ein Makro einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 hat und das Objekt genauso groß abgebildet werden kann, wie es in der Wirklichkeit ist. Aber hier gibt es noch eine Schippe drauf und das Objekt wird bis zu 140% abgebildet, also fast noch einmal um die Hälfte vergrößert. Und das ist schon herausragend. Gepaart mit der Naheinstellgrenze von 26 cm, da ist dann das zu fotografierende Objekt nur noch wenige Zentimeter von der Frontlinse entfernt, weil ja von der Sensorebene aus gemessen wird. Und da das Objektiv knapp 15 cm lang ist, plus des Abstands vom Sensor in der Kamera, könnt ihr richtig nah rangehen. Setzt ihr die Streulichtblende an, habt ihr schon Kontakt bzw. könnt ihr Kontakt haben. Also, 1,4-facher Vergrößerungsfaktor. Das ist mal eine Ansage. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich einmal an, bevor wir zu den weiteren technischen Feinheiten kommen. Wir beginnen mit diesem alten Füllfederhalter. Ganz fein zeigt sich die Gravur in der Feder und wenn man noch weiter hineinzoomt, sieht man sogar die ausgefressenen Ränder der Gravur. Weiter habe ich hier einige Nüsse und Hülsenfrüchte fotografiert und dabei tut sich besonders die Erdnuss hervor. Spröde und faserig zeigt sich die Schale, die Frucht selbst jedoch ganz glatt. Unser nächstes Bild ist schon nahezu ein Bilderrätsel. Es zeigt hier die Gewürze Paprika und Curry sowie weiße Salzkörner. Mit dem 100 mm Makroobjektiv von Canon kommen wir so nah ran an die Salzkörner, dass wir sehen können, dass die Körner gar nicht kantig sind, sondern rund. Der Vergrößerungsmaßstab von 1,4 tut sein eigenes dazu. Und auch die Gewürze selbst werden von dem Objektiv so klar abgebildet, dass die feinstaubige Struktur super herauskommt. Ein beliebtes Voget ist auch die Pflanzenwelt, die ich euch jetzt hier noch kurz zeigen möchte, bevor wir gleich eine Runde um das Objektiv drehen und die technischen Komponenten abklopfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommen wir nun also zu den technischen Dingen. Das Canon 100 mm 2.8 L IS USM verfügt über einen optischen Bildstabilisator, der bis zu fünf Belichtungsstufen ausgleichen kann. Und wer die Kameramodelle EOS R5 und R6 verwendet, kann damit auf einen koordinierten Bildstabilisator von bis zu acht Stufen zurückgreifen. Denn gerade im Nah- und Makrobereich muss ich für eine ausreichende Schärfentiefe abblenden, also die Blende schließen. Und das geht immer einher mit einer längeren Verschlusszeit oder höherer Lichtempfindlichkeit. Da ist es dann schon cool, wenn man auf ein solches Stabilisierungssystem zurückgreifen kann. Der optische Bildstabilisator des RF-Makroobjektivs und der sensorbasierte IS der Kamera arbeiten dann Hand in Hand, um ein optimales Bildergebnis zu erzeugen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort zu den Kameras EOS R und RP. Diese besitzen ja selbst kein IBIS. Und so kommen Besitzer dieser Kameras mit dem RF 100er Makro von Canon in den Genuss von immer noch fünf Belichtungsstufen, weil ja das Objektiv diese fünf Stufen ausgleichen kann. Das Objektiv ist wie von L-Objektiven gewohnt, Staub- und Spritzwasser geschützt. Und im Inneren arbeiten zwei Nano-USMs, also zwei Motoren, bei Canon Dual Nano-USM genannt. Und wie schnell die unterwegs sind, das habe ich hier in der Blumenwiese einmal ausprobiert. Und man muss schon sagen, dass die beiden Motoren ihre Arbeit zügig und präzise ausführen. In welchem Bereich dann der Autofokus arbeiten soll, lässt sich dann noch einstellen. Das Objektiv ist, wie vorhin schon einmal angesprochen, 15 cm lang, hat einen Durchmesser von knapp 82 mm, Filterdurchmesser 67 mm und wiegt etwa 730 Gramm. Im Inneren sitzen neun Blendenlamellen und diese schließen bis auf Blende 32, also von 2.8 auf 32. Optischer Aufbau, 17 Linsen in 13 Gruppen. Weiterhin gibt es natürlich einen Fokussierring und noch einen besonderen Steuerring. Alle RF-Objektive besitzen diesen Ring für zusätzliche Funktionen, wie etwa Zeitblende, ISO und Belichtungskorrektur. Dieser Ring kann über die Kamera individuell belegt werden. Das könnt ihr euch auch nochmal in dem Video der RF Trinity, der drei Canon-Zoom-Objektive von 15 bis 200 mm, anschauen. So, aber nun zu einer echten Besonderheit. Der Kontrollring für einen ganz besonderen Effekt. Es ist ein Drehring zum Variieren des Bokeys mit einem Weichzeichnungseffekt. Das zeige ich euch hier am besten an einem Beispiel, hier auf der Blumenwiese. Zunächst ohne Veränderung, dann mit größtmöglicher Veränderung in Richtung Minus und dann noch in größtmöglicher Veränderung in Richtung Plus. Man sieht, der Unschärfebereich verändert sich sehr stark. Aber was genau passiert hier? Über den Drehring verschiebe ich im Inneren ein Linsenelement und führe so einen Abbildungsfehler herbei. Das ist im Grunde ein Umkehreffekt. Heute sind Objektive so gerechnet und gefertigt, dass möglichst kaum sphärische Aberrationen auftreten. Sphärische Aberrationen sind Schärfefehler. Man muss sich das so vorstellen, wenn die Lichtstrahlen in das Objektiv hinein gelangen und nach dem Durchgang durch das Linsensystem nicht im gleichen Punkt zusammenlaufen, entsteht ein unscharfes Bild. Das versucht man normalerweise zu verhindern. Nicht aber hier. In dem Canon RF100 2.8 macht man sich diesen Abbildungsfehler zunutze mit dem Ergebnis einer kontrollierten Unschärfe. Es liegt also in dem Fotografen. Möchte ich alles knackscharf oder möchte ich eine Unschärfe kreieren, wie man sie von Vintage-Optiken kennt? Der stärkste Unschärfe-Effekt lässt sich übrigens im Bereich von 40 bis 100 cm erzielen. Diesen Effekt betrachten wir hier noch einmal im Porträt und da wird es dann noch deutlicher. Die Unterschiede machen sich in allen Ebenen bemerkbar. Die Pflanzen im Vordergrund, die Bäume im Hintergrund und das Model selbst. Durch das Hinzufügen dieser asphärischen Abbildungsfehler verändern sich dann parallel zur Weichzeichnung das Bokeh. Dies ist ein Kreativwerkzeug, mit dem man abhängig von der Bildsituation umgehen muss. Ich habe hier absichtlich die jeweils stärkste Veränderung herbeigeführt, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was möglich sein kann. Beziehungsweise was möglich ist. Und wie immer ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks. Der eine mag ein Bokeh, das butterweich ist und der andere liebt diese kreisrunden Lichtpunkte. Und damit sind wir beim Porträt gelandet. Denn ein Objektiv mit Brennweite von 100 mm ist eine super Porträtlinse und damit ist unser Canon-Makro prädestiniert für Modelshootings. Das ist ein Kreativwerkzeug. Wie wir sehen konnten, steckt in diesem Objektiv echt eine Menge. Es ist ein Makroobjektiv mit coolem Vergrößerungsmaßstab von 1,4 Porträtlinse, ein Kreativwerkzeug mit variierbarem Bokeh- bzw. Weichzeichnungseffekt und euch auch noch für Video geeignet und super schnell durch die zwei Nano-USM-Motoren. Also, schaut es euch an. Ja, das war es von meiner Seite aus zu dem Canon 100 mm f2.8 L IS-USM. Na denn, macht's gut und wir sehen uns bei Calomate.